Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das Silber. Der Film gehört zur Reihe Elemente. Als Vorkenntnisse solltest du das Wissen der Naturwissenschaften des 8. Schuljahres besitzen. Ich möchte dir in diesem Video einen Überblick über die Eigenschaften und die Verwendung des chemischen Elementes Silber verschaffen. Der Film ist in 8 Abschnitte gegliedert. 1. Ein Metall des Altertums 2. Silber im PSE 3. Physikalische Eigenschaften 4. Chemische Eigenschaften 5. Technische Verwendung 6. Silber im Alltag 7. Silber in der Medizin 8. Wer produziert Silber? 1. Ein Metall des Altertums Silber ist den Menschen Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Sofatutor.com Gute Bildung Zu Hause Bis zum nächsten Mal